Ich möchte dir heute eine neue Meditation vorstellen, eine Quantenmeditation, gekoppelt mit einer Quantensuggestion, die dir hilft, in den Zustand bzw. das Selbstbewusstsein von dir zu stärken und dich in den Zustand zu bringen von jemandem, der ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein hat. Und du kennst vielleicht schon die anderen Quantensuggestionen bzw. Quantenmeditationen, das ist ja mittlerweile verschmolzen miteinander, das sind sozusagen weitere Thematiken. Und in dieser vor allem geht es darum, dass du durch die erste Phase durchläufst, also du läufst in eine Induktion, dann eine Vertiefung und dann bist du sozusagen in der Quantenwelt drin und aus der Quantenwelt fängt dann die Quantensuggestion an. Und Quantensuggestionen sind sozusagen Programmierungen wie Suggestionen, jedoch viel, viel wirkungsvoller, weil sie Bilder und Emotionen koppeln, weil sie dadurch, weil sie verwenden Aussagen, die sehr, sehr wirksam sind im Verhältnis zu normalen Sprachenmustern. Ich werde dir gleich mal ein paar Beispiele sagen. Zum Beispiel, so wie der majestätische Adler hoch am Himmel fliegt, steigt mein Selbstbewusstsein empor und ich vertraue darauf, dass ich in jeder Situation kraftvoll und stark bin. Oder wie ein Löwe seine Mähne stolz trägt, trage ich mein Selbstbewusstsein mit Stolz und es fällt mir leicht, meine Fähigkeiten und Talente selbstsicher auszudrücken. Und es gibt bei jeder dieser Quantensuggestionen ungefähr 10 bis 15 verschiedene Themenansätze, verschiedene Bilder, verschiedene Emotionen. Und das Gehirn nimmt am Anfang einer Quantensuggestion, ist ja immer eine ausgesprochene Grundwahrheit, die das Gehirn bestätigt. Und auf diese Wahrheit kommt dann sozusagen die Programmierung und die wird dann am meisten verstärkt durch die Wiederholung des uns von Tag zu Tag immer mehr und mehr. Und dadurch umgehen wir das Ego und programmieren direkt in unsere Neuronen, in unser Gehirn genau das ein, was wir wollen. Ich gebe dir noch ein drittes Beispiel. Wie die Berge, ihre Gipfel in die Höhen strecken, in die Höhestrecken strecke ich mich nach immer mehr Selbstbewusstsein aus und vertraue darauf, dass ich stets über mich hinauswachsen kann. Also wundervolle Aussagen. Oder eine gefällt mir noch sehr gut. Wie der Phönix aus der Asche aufersteht, erhebe ich mich aus schwierigen Zeiten und vertraue darauf, dass ich immer stärker und selbstbewusster werde. Und wie gesagt, da gibt es ungefähr 10 bis 15 verschiedene Suggestionen. Diese werden dann dreimal wiederholt. Und dann kommt eine Abschlussphase. Und so, wenn du das regelmäßig hörst, wirst du einfach mehr Selbstbewusstsein in dein Leben integrieren. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Du kannst diese Quantensuggestion hier einblenden, einfach in unserer App kostenlos testen, sieben Tage lang. Einfach dann in die App reingehen, dann in die Kategorie Selbstprogrammierung. Und dort findest du dann sozusagen die jeweilige Frequenz. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.